Okay, dann starte ich jetzt. Hallihallo Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4 und das Ganze wieder im Koop mit dem Odin. Ich wunderte jetzt, dann bleibt man wieder euer Odin. Ernsthaft jetzt. Startet die Aufnahme und dann stecke ich mir was in die Fresse. So, okay, wir haben hier einen Attentat. Das würde ich gleich machen. Ein einflussreicher Kommandant macht eine Pause im konfiszierten Haus. Ich schalte ihn aus, ohne gesehen zu werden. Nimm ihm seinen Hundemagen ab und lass, wenn möglich, die Leiche verschwinden. Ich mag Risiken. Er mag Risiken. Wenn die Mission mir dann auch bei mir im Spiel dann als erledigt anerzielt? Ich weh's nicht, ich weh's nicht. Da bin ich echt überfragt. Weil dann brauche ich das ja bei mir nicht mehr machen. Das kann sein. Komme ich drin und die Beat brauche ich nur freischalten und dann ist ja alle Missionen schon erledigt. Biss nicht. Das wär geil. Da muss ich nachher mal gucken. Kannst du bitte dein E-Mail-Programm zur Seite liegen lassen? Guck dir das ja bei mir nicht mehr. Guck dir, wo hier ein Helikopter ist. Aber die einzigartige Waffen, die kannst du nicht mehr verbessern. Ne. 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 Haltstoffe, wie man gleich gesehen. Nein. Oh. Onkel. Okay, dahin fliegen ist dumm. Das ist ein dummer Schachzug dahin zu fliegen. Na denn. Hier kommen wir hoch. Hm. Ach, hier kommt man noch hoch. Ich gehe hier die Wand hoch. Hm, darf trotzdem entdeckt werden. Das ist das Polete. Oh, hier sind wir Gasfuzzi. Scharfschutz auf dem Dach. Ah, fuck. Diesmal ist das auch ein Hund. Hund? Mhm. Ich habe ihn schon gefunden. Gut, warte, 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 warte. Ich habe eine Idee. Aber ich kann nicht. Warte, warte, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Da. Warte ab. Jetzt müsste gleich was passieren. Boah, ich bin schon lange weit, bis hier was passiert. Ja, ja. Achtung. Ihr losst ein Mörder frei rum. Vorsicht, der hat dich, der oben auf dem Dach ist einer. Soll ich mir den wegholen? Schon passiert. Warte. Warte. Boah, wackeln würde man nicht so. Dicke? Nee, der hat Dicke. Scheiße. Der Dicke ist weg. Ja. Ich habe Fleisch geschmissen. Da müsste der auch Köter jetzt sein. Nee, nee. Wirst du so halt hoffen. Oh, das ist ja noch mehr. Das sind ja noch mehr. Genau. Ah. Ja. Was ist denn? Ja. die sind jetzt eigentlich mit dem geben darf die ja und sehen oder darf dir uns auch nicht sehen davon soll ich sehen wer davon so nicht sehen also wenn wir nehmen also weg also kann man den eigentlich so einfach abknallen und dann ist gut naja müssten ja verstecken ja aber ich meine wir könnten ihn abknallen und denn die anderen abknallen und denn und 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 das ist das scheiße ich habe genau auf den kopie zielt und jetzt schießt hier wesentlich fünf meter daneben ich glaube jetzt wurde ich entdeckt es kann möglich sein weil ich war hinterm baum also in so einem busch also stellen das aber auch gerade an oder vorsicht 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 onkel das scheiße ich wollte sehen was du denn hab versucht unten den weg zu knallen weil du so dicht an dem vorbeigelaufen ist hat der ein blaues auge gekriegt ja weil ich den angeguckt habe wenn ein blaues auge hat dann gucke ich den an ich dachte blaut auge heißt der guckt mich an oder uns an ne ne da guckt da guckt den teampartner den an na toll aber So. So. Entschuldige. So schönes Köder. Ich habe genau in den Kopf gezielt. Jetzt wurde ich gesehen, scheiße, jetzt habe ich nicht darauf geachtet. Ich habe, ich weiß nicht, ich habe genau, also genau zwischen Augen getroffen, also ich gehe in die Sahne oder... Was? Ja, verstehe ich nicht, verstehe ich nicht, das ist mir zu hoch. So. Warte mal, bevor wir was machen, wenn das Korken ist, gucke ich nochmal den Blick hier weg, zerren den Typen. So, wo ist der andere, da unten? Jetzt habe ich genau den Kopf. Geht nicht. So, die da hinten machen wir lieber nicht. Obwohl, den kann ich so weg... Obwohl, den kann ich so weg zerren. Ja, aber es kann passieren, dass die anderen den sehen. Mach mal vorsichtig bitte. Nö, die sehen den nicht, weil der hinten geht, gehen wir hin. Der geht immer ums Haus rum. Guck mal, ob du den, 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 den Typen hier vorne, ob du den weg... Richtig. Also, ich sehe den Typen hier, der grillt sich und ich sehe den Köter. Der Köter läuft jetzt nach unten. Ich werde mal versuchen, den Köter mir zu holen. Uh, bis auf das noch einer. Sehe ich gerade. Wo? Ach da, den guckst du gerade an. Ach ne, das sind Schweine. Okay, das ist okay. So, der ist weg, der Köter. Da waren doch noch mehr, oder? Ja. Ja, ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe. So, kann ich den jetzt hier eliminieren am Lagerfeuer, den wir eigentlich eliminieren sollen? Ich weiß nicht, ob der dann gesehen wird. Da läuft noch einer hier eigentlich unten noch rum. Der ist weg. So. Versuchen wir den irgendwie zu holen oder abzulenken. Ach scheiße. Wollte ihn doch mal. Wieso, was soll ich drücken? Ich kann nur, ich kann nur... R3 musst du drücken. Ach so, R3. Okay, er zeigt. Okay, R3. Ah, er kommt! Da ist er. Gar nicht. Ich muss es hier in gelbem Punkt haben. Es sind mehrere gelbe Punkte. dann nehme ich den hier oben der ist schneller diamant ist da drinnen im lager den holm und sohn hier ist ein ablegen jetzt foto machen wir müssten mal im ganzen den sieg hier kommen einfach hier geradeaus laufen hier sind raus ich bin raus schön ich muss mir jetzt wieder von links meine pistole holen die ich dir am lagerfeuer die scheiße die ich habe die ist ja viel zu laut hörst du wie laut die ist ich kann die pistole nicht mehr nehmen kannst du die hoffen ist das jagd jagd noch zwei jagdmissionen ist noch eine mission noch zwei jetzt jetzt habe ich meins wieder gut wo ist der herr komme ich hatte ein bisschen gedauert kann es einsteigen so Lalalalalala Wieso ist hier jetzt das Ding nochmal markiert? Ich weiß es nicht. Jetzt, was sollen wir hier machen? Mission annehmen. Achso. Willst du eine Mission, ähm, Vorredejagd oder willst du eine Kontrolljagd? Wo ist denn der Unterschied? Keine Ahnung. Mach einfach irgendwas. Ich jage die Barale für euch. Wirklich? Das wäre eine große Hilfe. Dann können wir den Schaden beheben oder einen neuen... Und die Barale oder beziehungsweise die Fieser dürfen wir bloß mit den vorgegebenen Waffen jagen. Toll! Da hättest du was anderes nehmen sollen. Nächsten Monat. Übernächsten Monat. Ne, nächsten Monat. Habe ich dir schon erzählt, dass ich Assassin's Creed vorbestellt habe? So in der großen Version? Mhm. Sogar fünf Millionen Mal. Ich hole mir den Feier und Bogen. Weil wir müssen das hier mit Feier und Bogen jagen. Okay, dann hole ich mir auch mal Feier und Bogen. Wo ist denn hier Feier und Bogen? Da. Da kriege ich denn meine Knarre denn da wieder? Ne. Ich kann mich nur heilen, ich kann keinen Feier und Bogen nehmen. Oh, das ist gut. Jetzt. Doch. Kann ich. Was muss ich töten? Barale. Warum ist denn hier scheitert? Oh, weil das ein Baral war. Das wüsste ich gar nicht. Das ist ein Baral. Was ist ein Baral? Das ist so ein Rehort. Okay. Den kann ich dir ja geäuten. Was ist das? Kannst du tun. Ich guck, dass viel was hier unten ist. Das ist ein Baral. Okay. Wohl, dann mach du mal. Dann brauche ich nicht mein schönes Scharfschützengewehr dafür zu opfern. Wir müssen die Dinger mit Feier und Bogen jagen. So. Oh. Ah, hier ist eins. Ich habe auch gerade schon eins gekehlt. Aber ich glaube, das sind die gar nicht. Doch. Das sind die. Ah, ich habe noch eins. Boah, aber einmal treffen ist nicht. Ich habe eh mit ehem Schuss weggekriegt. Ne, die rennt dann weg. Ja, ich habe ihn weggekriegt damit. Oh, die anderen nicht. Ich habe ihn weggekriegt mit dem Messer kalt gemacht. Du musst auch Feier und Bogen benutzen. Habe ich ja. Habe ich ja angesteckt damit. Ist das zwei von vier? Mhm. Mit vier, was du da gerade hast, habe ich auch angesteckt. Ich müsste es eigentlich gut kriegen können jetzt. Ja. Sammle das Fleisch und es gehört uns. Achso, dann müssen wir ja das Fleisch noch sammeln. Das haben wir doch. Jupp, da. Geschafft. Ich liefere das Fleisch ab. Fleisch ab. Vorsicht hinter dir. Alter. Ich habe dich gewarnt. Was ist denn die Schneetiger? Jupp. Nee, Leopard. Na, einer bei dir, oder was? Ja, wir können ja die Füße jetzt ja. Alter, die sind ja schön hartnäckig. Du bist doch tot. Jetzt ja. Oh mein Gott, Mann. Ich muss dir sagen, das ist ziemlich eklig. Wo sollen wir denn abgehen? Ich glaube, wo der gelbe Punkt ist. Die Gültruhe legen. Super. So. So. Jetzt sind wir. Oh. Ja. Ich sage, gehen wir hier noch hoch. In das Gebiet. Das Gebiet. Ich hoffe, die Arenen bleiben auch ohne nur geöffnet. So, meine lieben Freunde. Diese Kämpfe waren das Einzige, das mich auf andere Gedanken gebracht hat. Hier ist dein Ding. Dasabenehm. Oh, du ist dein Ding, das ist ein Ding. Wir haben dich. Ich meine, wenn du mit einem Deutschland bestandest. Sie sind dieáhützangezogen, die ist ja einfach ein Fall gekommen. Eine Überprägung, die ist ja auch wenn die Flarche das Après. Deine Ahnung, das kann man nicht sicher sein wie ich dachte. Es ist etwas kein Ding, das ist oder? Das ist ein Ding. Ich bin dabei. Und du bist. Ich bin dabei. Oh, hast du mich getötet? Nee. Ich hab das Motorrad getötet, doch nicht dich. Nein. Kommen Sie hoch. Ich hab nur das Motorrad getötet. Ich hab deinen Arsch angefasst. Hast du dich gemerkt? Das ist natürlich ein grüner Punkt. Scharfschütze hier. Das ist auch wieder eine Jagdmission. Okay, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, war es das schon wieder für heute. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich denke mal, das wird eine Singleplayer-Mission. Uli, du willst heute keinen Paar mehr machen, denke ich mal. Ich weiß es noch nicht, eigentlich nicht. So, und dann wird das natürlich wieder eine Singleplayer. Und dann bin ich dann wieder am Start und mach dann hier weiter in der Story. Yay. Und, ja, würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Wenn nicht, dann eben halt nicht. Und wenn ihr weiterguckt, dann lasst ein Abo da. Und schaut vielleicht auch mal bei Uli ins Tests rein. Vielleicht könnt ihr da ja vielleicht auch mal, ja, unten drunter wieder Kanal verlinkt. Und natürlich von ihm, logischerweise, immer wenn jemand anderes mitspielt, ist auch der Kanal verlinkt. Und, ja, da würde ich sagen, vielen Dank und ciao. Tschö.